Ich hoffe, ich habe keine Lust mehr gegen Tenor anzuspielen. So, Pascal, hast du schon einen zweiten Char anzufangen? Ich kann keinen zweiten Char anfangen. Hast du noch keinen getroppt? Ich habe bloß einen Char zum Aufwahl. Ja, äh nein, nicht. Äh, mein Passwort? Weiß ich nicht. Ah, das kann es nicht gewesen sein. Das war es auch nicht? Ach Gott, ich habe mein Passwort schon wieder vergessen. Ah, das war es. So, okay, Hawker ist du, hast du gesagt, gell? Ja, also ich will auf Range gehen. Ja, okay. Wenn du auf Range gehst, dann nehme ich... The Thing! Oder? The Thing! The Thing! Ach so, Fantastic Four. Das schiehe ich... The Thing! Was du denkst oder wie? Ja. The Thing! Das Ton-Ding. Ich weiß jetzt nicht, ob es lohnt, items zu verkaufen oder bei diesem Kerl da zu spenden. Ich bin Uatu. The Watcher. Ich werde einem auch niemand erklärt. Oh, das habe ich mir erklärt. Das ist doch so wie die Karotzkange hier. Das Menschenskinar. Das ist doch. Ich habe watched your greatest explorers... ...become your greatest heroes. ...become your greatest heroes. Ich habe watched you turn accident... ...into triumph. Ich habe watched selfless acts... ...defeine a lifetime. 3... ...defeine a lifetime. Ich habe gesehen die Flashe von Genius... ...defeine die Zukunft. Ziemlich gut macht das Intro, muss ich sagen. Ich habe watched Legends Borne. Also für das das so Trickgrafik ist... ...wenn die die meisten brauchen. Ich habe watched Adversität. ...ein eine Verwärtsung. ...ein eine Verwärtsung. ...ein eine Verwärtsung. Ich habe watched all of this. Und so viel mehr. Denn das ist die Aufgabe, die mir durch die Universität. ...ein eine Verwärtsung. Aber ich kann stand bei... ...und nichts mehr sehen. Ich habe watched... ... dass du mit deinem Kopf hast. ...und wir haben jetzt gerade angefangen... ...mit Marvel Heroes. ...ein eine Verwärtsung. ...und wir wissen nicht die Macht, die du abhust. Und du nicht wissen, wie du seinst, Silent. Die Macht des Cube ist mir zu kontrollieren. Du bist ein Verwärtsung, hierher zu kommen. Du hast niemanden zu blame, aber dich selbst. Bitte, kein Mensch kann solche Macht behalten. Du bist falsch! ...ein kann... ...let's rocken! Was ist das? ...aus dem Intro. Obwohl es irgendwie... ...so... ...nichtsagend ist. Ja? Also von der Grafik her. Sehr, sehr schwache Grafik eigentlich. Aber richtig, richtig gut gemacht. Hut ab, ja? So. Zu den Gewinnspielen. Also. Gleich nochmal der Aufruf für alle, die noch nicht... ...bei uns waren. Add uns auf Facebook. Follow uns auf Twitch.tv. Und natürlich unseren YouTube-Kanal liken. Ganz, ganz, ganz wichtig. Wir haben zurzeit zwei Gewinnspiele am Laufen. Einmal gibt's Grid 2 zu gewinnen. Und einmal ein Steelers Headset. Grid 2 ist morgen der letzte Tag. Danach wird's verlost von unserem Partner. PlanetKey.de. Ja? So funktioniert das. So. Und jetzt fangen wir mal damit an. Jetzt müssen wir da allerdings einmal die Lautstärke... ...das ganze Zeug einstellen. Hallo. Options. 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 Gameplay. Language. Aber nicht Fullscreener, sonst leckt das jetzt gleich. So. Das müsste besser sein. So. Okay. Aber wir spielen mit Musik. So. Da ist das erste Quest. Okay. Und das ist jetzt mal das Intro, ja? So. 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 Hast du der Sub-Zero schon, oder? Ach nix, komm. So, wir werden dann mit diesen ersten Geich hier durchspielen. Ah, ich habe einen Zwischenrein. Ja, zack. So, einen Event habe ich auch. Ah, das sind Damage-Buffs. Okay, also. Oh. Oh, ein Heavy-Shirt ist nicht wirklich gut. Ich würde in der Wette abschliessen, dass der letzte von da oben kommt, ne? Na bitte. Ha. Ja. Nein, es gibt keine Scharbeit mehr, Polos. Deswegen habe ich ja gesagt, wir sollen das spielen, ja? Meine Fresse. Ja. 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 Das sind Hellscopes, kennen Sie auch aus Diablo. So und wenn es solche Events gibt, machen wir immer so Experience Kugeln, ist auch recht nett. Ah ja genau, der war ziemlich kalt. Ja genau, mit dem Laser Mittler ausmacht, das ist so glücklich. Und der erste Boss ist down, ich bin Level 2. So was haben wir alles gekriegt? Mit einem Belt nehmen wir einmal Damage und Rocket Punch nehmen wir Rocket Punch, weil das ist gut. Ja das sind so Medaillen, die sind Bob. Passt. So, warte geht's. Warte geht's. Warte geht's. Oh, das ist ein Slug. Ich bin schon mal. Well played. Hmm... Bei mir? Gar nichts wird sich ändern. Ich stream ganz normal. Ich hab nur die Möglichkeit einige Let's Plays zu machen, wo ich die Keys von Planner zur Verfügung gestellt hab. Und vor allem haben wir hin und wieder Gewinnspiele. Das ist denk ich ganz problem. Oh, ich hab nen Bogen gef... Oh Gott, der eigentlich nicht interessiert. Ja, ich hab halt auch extra immer Probleme in World of Tanks gehabt. Ach... Und jetzt kommen wir zum ersten Hauptgegner, dem Green Problem. Komm her. Ja. 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 Komm,änner. Und da geht der erste Taun. Total immer, wie ich ihn besiegt. Was haben wir da gekriegt? Ui! Gekauft, nehmen wir. Mhm, das ist eigentlich besser. So, ihr seht, wir kriegen den...